Die hierzu erwerbende modernisierte Zweizimmerwohnung befindet sich im Kreis Pinneberg. Das Wohnhaus wurde im Jahr 1984 erbaut und 2011 saniert. Das Objekt befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz sowie eine Einbauküche. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 67 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 165.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017